Was wärmt Sie gerade in Ihrem Leben? Seit November betreiben wir im Pfarrhaus in der Markusstraße 2 eine Wärmestube für Leib und Seele. Montag für Montag freuen sich Menschen, dorthin zu kommen, um sich bei einer heißen Suppe und bei wärmenden Gesprächen zu erfreuen. Alle dürfen davon erzählen, wie es ihnen gerade geht. Wir hören viele positive Erfahrungen, hören aber auch von großen Problemen, Einsamkeit, Verluste, Zukunftsängste. Und immer wieder die Frage, wohin führt mein Weg mich? Wie gut, dass es dort so viel ehrenamtlich Engagierte gibt, die zuhören, die begleiten. Meist wärmen die schönen Gespräche, wärmt die heiße Suppe. Und ich biete aber auch noch an, wer das möchte, für diese Menschen zu beten und ihnen im Namen Gottes den Segen zuzusprechen. Das hat mir richtig gut getan, sagte neulich ein Mann. Ich kann das nachvollziehen, denn ich persönlich weiß auch, was es mir bedeutet, wenn ein anderer für mich betet und mich im Namen Gottes segnet. Zu wissen, da gibt es einen Gott, der an mich glaubt, der für mich hofft und der mich mit seiner Liebe wärmt. Was für ein Geschenk! Im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13 lesen wir, Gott schenke uns immer wieder einen Glauben, der uns bewegt, eine Hoffnung, die uns trägt und seine Liebe, die uns und andere wärmt. In welcher Wärmestube des Lebens bekommen Sie gerade die Wärme, die Sie für Ihr Leben brauchen?